Diesen Mittwoch bei Land-Auf-Land-Up zeigen wir eine weitere Facette der Schweiz. Nicole Bircher ist in der Region Leukerbad unterwegs. Ein Leiterweg, Geschenke der Natur und spannende Menschen. Das Wasser kühlt in 6.7 Grad und das Schöne ist nachher, wenn ich zu Hause in die heisse Quelle kann. Land-Auf-Land-Up, am Mittwoch, am 5.08 Uhr auf Saat 1. Schweiz. Land-Auf-Land-Up mit dem Transa Outdoor Festival. Ein Highlight für Outdoor-Fans. Und Swiss Military Hannover. Sport- und Lifestyle-Uhre.